Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin jetzt wieder euer Jesse und es ist soweit, ihr seht es im Hintergrund, es wird Zeit für einen neuen Pass of Exile Guide und zwar spielen wir hier mal einen Pet Build. Genauer gesagt ein Pet Build mit dem Necromancer, also wir stellen uns eine Hexe in der Spezialisierung Necromant und damit haben wir dann die Möglichkeit bereits bezwungene Gegner natürlich wieder zu beleben und für uns kämpfen zu lassen. Also ihr habt hier mal standardmäßig so 15 bis 20 Pads sind immer dabei, mit diversen Cooldowns kann man schon mal auf 60, 70 Begleiter, also es ist auch wirklich ein richtiger, richtiger Pet Build, wie man sich so das Ganze vorstellt. Und natürlich spielt sich das auch so, wie man sich das vorstellt, also wir beschwören unsere Pads bleiben ein bisschen abseits vom Geschehen, wenn wir es möchten und warten einfach drauf, bis unsere Pads die ganzen Gegner erschlagen bzw. niedergemäht haben. Das ist eine Skillung, die eignet sich perfekt zum League starten, also wenn es neu losgeht, wenn wir noch nicht so viel Kohle haben und um uns die besten Items zu holen, um zu leveln und so weiter, passt das sehr gut, weil dann haben wir natürlich die Möglichkeit hier die Items einfach mit weniger Sockeln und Links zu holen. Und im späteren Verlauf, also ich habe jetzt glaube ich hier in dem Chart, den ihr im Hintergrund seht, da sind so 20, 25 Exolds drinnen, da lässt sich das Ganze dann auch wirklich traumhaft spielen. Und es kommt auch ein bisschen was an Schaden zusammen, vor allem je nachdem, wenn ihr es spielt in den diversen Leaks und wenn ihr dann zum Beispiel diese Bosse herbei beschwört oder auch vielleicht mal gegen den Awakener und so kämpfen wollt, ist die Skillung mehr oder weniger dann die richtige Wahl. Die Stärke liegt halt einfach darin, unsere Pads greifen an, wir haben die Möglichkeit bei diversen Effekten außerhalb zu stehen, weil meistens würden uns die Explosionen dann in möglichst kurzer Zeit einfach töten. Deswegen, wenn es möglich ist, stellen wir uns natürlich gerne ein bisschen außerhalb hin von dem ganzen Geschehen, lassen die Pads die Arbeit machen, beschwören immer wieder Pads nach, sollten welche sterben. Und ansonsten wirbeln wir hier ein bisschen herum, um einfach noch zusätzliche Effekte zu triggern, solange bis die Pads halt mehr oder weniger alles erledigt haben. Und das Ganze funktioniert nach dem Prinzip All-Content, also egal ob ihr in der Mine seid, im Tempel seid, über die Maps lauft, ihr habt mehr oder weniger die Möglichkeit damit alles ungehindert zu spielen. Auch von den Map-Obs müsst ihr eigentlich nur auf Physical Reflect aufpassen. Also wenn ihr natürlich irgendwo spielt, wo die Gegner physischen Schaden zurückwerfen, dann töten sich eure Begleiter selbst, werde ich später aber nochmal erwähnen. Darauf gilt es dann zu achten. Okay Freunde, und nach dieser Einführung kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Items, Games, Skills und wie funktioniert denn das Ganze? Das erste und wichtigste mal vorweg. Ihr seht, wir haben ein paar dauerhafte Begleiter, die uns immer wieder umschwirren. Also da müssen wir noch keine Zombies beschwören oder Skelette herbeirufen. Und zwar haben wir hier einerseits mal diesen Animated Guardian und andererseits haben wir hier nochmal die 3 Spektren. Also ich glaube Schemen und Wächter ist es auf Deutsch, die uns hier begleiten. Und natürlich noch den Bengel und zwar diesen Aasfresser, aber der ist mal außen vor. Jetzt müssen wir folgendes wissen, und zwar diese Spektren, die wir hier beirufen, die werden ja aus bereits bezwungenen Gegnern beschworen. Und da wäre es jetzt ganz clever Gegner zu nehmen, die vielleicht irgendwie einen Buff auf die anderen Minions geben. Deswegen Akt 7, genauer gesagt auf die Ashenfields. Dort geht er hin. Dort gibt es nämlich diese Gorillas, die so einen Endrage Effekt haben, welcher sich auf die Ads überträgt. Bedeutet, er geht dort hin, nehmt dann das Desecrate. Da können wir dann hier zufällige Gegner der Ebene beschwören. Mit der Taste A habt ihr die Möglichkeit, die bezwungenen Gegner sichtbar zu machen. Bedeutet, dass ihr seht, okay, was liegt denn hier so rum und wo sind denn die Gegner, die wir brauchen. Das wären glaube ich die Chieftains, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja genau, den Host Chieftain braucht ihr einmal und die anderen zweimal. Und da wirkt ihr dann einfach die Spectres drauf und dann habt ihr praktisch diese drei Affen, die immer wieder bei euch begleiten und auch alles andere buffen. Solltet ihr mal den Game austauschen oder aufwerten oder was immer und ihr verliert die, müsst ihr wieder in dieses Gebiet gehen und sie dort holen. Es gibt noch ein paar Alternativen in andere Gebiete für spezielle andere Mobs. Können wir darüber diskutieren, aber es ist schon mal ein ganz guter Anfang. Das nächste ist dieser Animated Guardian, den kann man equippen. Musste ich nicht, jetzt wisst ihr es auch. Und zwar könnt ihr den einfach Items hinwerfen, dann aktiviert ihr den, der geht rüber, sammelt das auf und legt eben Items wie Waffe, Brustplatte, Kopf. Das sind glaube ich die, ich weiß nicht, ob er Hände auch hat. Die kann er anlegen und dann damit kämpfen und kann damit verstärkt werden. Bedeutet, es gibt auch die theoretischen Möglichkeiten, spezielles Setup für diesen Guardian zusammenzustellen, für vielleicht mehrere Exiles und den Guardian damit dann auch sehr, sehr stark zu machen. Man muss aber bedenken, sollte dieser Guardian sterben, sind die Items, die ihr ihn gebt, weg. Und deswegen zum Anfang Waffen und so weiter, was ihr halt findet, irgendwelche Unikes, die ihr vielleicht nicht braucht, aufheben und einfach mal den Begleiter geben. Im späteren Verlauf könnt ihr den dann auch wirklich hochwertig equippen, damit sich das Ganze dann hier mehr oder weniger gut auszahlt. Nur damit ihr es wisst, ja, weil wenn da irgendwas stirbt oder weg ist, dann müsst ihr das Ganze hier neu herbeirufen oder beschwören. Ansonsten habt ihr standardmäßig eben unsere Zombies, die wir hier immer wieder herbeirufen können. Musst ihr auch ein bisschen aufs Mana achten. Das ist eben, wenn ihr ein neues Spiel startet, wieder mal einloggt und die Zombies nicht da sind, geht bitte auf irgendeine Low-Ebene, holt euch mal ein paar Zombies und dann erst in den Kampf. Nicht, dass ihr gleich direkt die hohen Maps startet und dann vielleicht stirbt, weil eben die Zombies noch nicht verfügbar sind. Jetzt seht ihr, wir können, was haben wir hier, ich glaube, wir können 13 Wars von den Zombies beschwören. Aktuell, das hängt nämlich natürlich auch hier mit dem Level. Ja, 13. Also wir können aktuell hier 13 von den Zombies beschwören. Das liegt eben am Level des Gems, welchen wir hier haben. Der ist jetzt aktuell, wo haben wir ihn hier, Raced Zombie Level 27, wenn ihr denkt, wie kann denn ein Game Level 27 sein. Basierend auf den ganzen Support-Sachen, auch auf der Waffe, die war auch dementsprechend teuer. Seht ihr, kommen nochmal ein paar Support-Gems dazu. Also können die, es geht glaube ich sogar bis 29 hoch. Also der Game kann wirklich sehr, sehr hoch werden. Dementsprechend mehr Minions. In des Weiteren ist die ganze Skillung auch Stärke abhändig, mehr Stärke, mehr Damage, mehr Minions. Ich glaube bei 1200 Stärke kommt ein weiterer Minion. Bei 1500, also so alle 300 Stärke, Breakpoint sollte ein neuer Minion kommen. Das heißt, dass ihr könnt hier noch wesentlich mehr von diesen Zombies dann beschwören. Zusätzlich solltet ihr mal die 1000 Stärke anpeilen, weil dann habt ihr nämlich einen riesigen Profit aus dem Kopf mit dem Baron, der bei 1000 Stärke den Damage, den unsere Zombies machen, für uns als Live Leach. Bedeutet also, wir haben mehr oder weniger immer volles Leben, sobald die Zombies was angreifen. Ist jetzt natürlich nicht der leichteste Weg, 1000 Stärke zu finden. Wir haben natürlich die Stärke-Nodes, die es so im Tree gibt. Die haben wir mal mitgenommen. Es gibt auch den ein oder anderen Edelstein, zum Beispiel den Braun, der hier nochmal die Stärke um 5% erhöht. Und dann ganz wichtig, davon werdet ihr meistens zwei benötigen. Die sind auch ein bisschen teurer. Die Efficient Training, welche im Radius Int-Nodes zu Stärke machen und selbst nochmal Stärke haben. Das bedeutet, dass wir haben dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 50 Stärke mehr durch diese Nodes. Oder hier oben nochmal, hier haben wir Int, 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 Int. Also man könnte theoretisch gesehen den, den, den und den Knopf, den Point noch dazunehmen und damit immer mehr und mehr Stärke aufrüsten. Neben den harten Stärke-Nodes sowieso. Also nur als kleiner Hinweis, es gibt Mittel und Wege. Am Anfang werdet ihr es nicht direkt erreichen, aber im späteren Verlauf ist hier mehr Stärke zu haben überhaupt kein Thema und sorgt eben dafür, mehr Damage, mehr Begleiter. Wie ihr es vielleicht gesehen habt oder auch nicht, wir haben den Guide ein bisschen umgestellt. Es hat sich jetzt hier von der Struktur ein bisschen was geändert. Die wichtigste Änderung ist, es sind jetzt die wichtigsten Sachen in Deutsch und Englisch verfügbar. Viele von euch spielen mit dem englischen Client und das ist immer super mühselig, das Ganze zu wechseln. Wenn man jetzt zum Beispiel wissen möchte bei den Gems oder bei den Sockets, was sockele ich wie und deswegen gibt es das Ganze immer in deutscher und englischer Ausführung. Dann könnt ihr einfach mit Copy-Based zum NPC gehen und euch dort die Gems und so weiter direkt raus shoppen für ein bisschen. Das Ganze ist ein bisschen einfacher. Auch unsere Gear-Tabelle haben wir ein bisschen abgeändert. Da gibt es jetzt hier einfach direkt die Items in Deutsch und Englisch oder wenn es halt keine Unite sind, dann gibt es hier das Ganze mit was soll denn mehr oder weniger oben sein. Vor allem für neue Spieler wesentlich einfacher zum Verständnis von den Skillungen, die basieren ja auf bereits existierenden Skillungen. Wir nehmen immer wieder so einen relativ günstigen und günstigen Mittelweg, dass es halt so funktioniert, aber noch nicht zu teuer ist, weil es gibt natürlich spezielle Items in diversen Konstellationen, dass da farmt ja in der Leak gar nicht, was die dann kosten. Deswegen versuchen wir hier immer einen guten Mittelweg zu finden, nicht zu billig, aber auch hier, dass das Ganze noch überschaubar und farmbar ist. Wie gewohnt, also hier würde das zum Beispiel mit dem Begleiter stehen, was ihr haben möchtet. Und wie gewohnt ist es wieder so für den Skillbaum, Talentbaum, für die Fähigkeiten, da klickt ihr einmal rauf, dann lädt sich automatisch das Profil. Ich lasse meine Charaktere so stehen, ich level ein, jeder liegt neu, dann bleiben die auch über längere Zeit erhalten. Und hier habt ihr dann den Skillbaum, damit ihr dann wisst, okay, beim Leveln, ich fange hier an, ich gehe mal hier auf die Seite, mal hier rüber und dann vielleicht nach oben. Ist keine elegante Lösung, aber mehr kann uns hier BOE leider nicht zur Verfügung stellen, beziehungsweise nicht bieten. Deswegen den Baum einfach offen haben und dann Punkt für Punkt das Ganze ausbauen. Die Sockelplätze holt ihr euch zum Schluss, weil ihr habt am Anfang erstens das Level nicht und zweitens die Kohle nicht, um euch die guten Games zu kaufen. Also die kommen dann einfach hinten raus. Wenn ihr jetzt hier, was haben wir hier, jetzt haben wir es auf Deutsch, ihr könnt jederzeit hier oben bei den Fähnchen umstellen. Wenn ihr es auf Englisch spielt mit einem englischen Client, klickt ihr hier auf die Fahne und dann ist das Ganze automatisch auf Englisch. Gier und Skills und so weiter und dann ist das Ganze sich wesentlich, man findet sich halt einfach wesentlich leichter zurecht. Und die wichtigsten Sachen stehen eh hier im Guide aufgelistet, beziehungsweise gibt es auch immer wieder ein paar ganz, ganz wichtige Kommentare. Da solltet ihr auf jeden Fall auch einen Blick riskieren für diverse Optimierungsmöglichkeiten oder auch Anpassmöglichkeiten. Oder wenn ihr eben vielleicht die ein oder andere Frage stellen möchtet, könnt ihr das gerne in die Kommentare tun. So, ich habe mich bemüht kurz zu halten. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben für jeden, der mal eine neue Skillung probieren möchte. Die Skillung funktioniert im Starter sowie im Endgame super. Also am Anfang ist ja klar, weil wir stehen ja daneben, den Schaden machen eh die Zombies. Worauf ihr aufpassen müsst ist Damage Reflect, also physischen Damage Reflect, weil dann töten sich die Zombies selbst. Also alle Karten, die ihr so habt, quer durch die Bank, wenn da eben Sachen dabei sind, wie physischer Schaden wird zurückgeworfen oder so, die könnt ihr nicht spielen. Die müsst ihr dann mehr oder weniger einfach neu ausrollen oder weiter traden oder verkaufen, weil die Zombies, die gehen rüber, schlagen einmal auf den Gegner und dann töten sie sich alle selbst. Also das wollt ihr mehr oder weniger nicht. Deswegen, darauf gilt es zu achten. Ansonsten habe ich, glaube ich, keine Map Modifier gefunden, wo es wirklich riskant wird. Also alles andere sollte mehr oder weniger spielbar sein. Okay Freunde, das war es. Ganz wichtig, der rote Faden, ich blende es euch ein. Das ist ein Überblicksvideo, damit ihr so ein bisschen durch das Spiel findet. Wäre wichtig, sich anzugucken. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.